ups das war ein donner okay weiter geht's sagen wir hier die machen wir jetzt hat noch auto von das meisterwerk aus öffentlicher bibliothek verband ein beunruhigender vorfall ereignet sich während einer öffentlichen lesungen der auto verhielt sich von anfang an seltsam was jedoch nach einer bestimmten leser frage geschah bin ich dann schon so das sind die die es quasi das ist noch mal später so ich will jetzt erst mal das war es war jetzt aber nicht schluss oder pirate prince in the cyclops king ja okay und ratte und frau und mann das klagen warum einbildung metapher was ist wenn sie dort waren klagen oder ich kam zurück nach einem jahrzehnt voller ruhm und schande kam ich zurück ich weiß nicht woher sie verdammt noch mal wussten dass ich zurückkam aber es ist mir egal ich werde meinen sohn zurückbekommen oder ich werde ihnen wehtun ich kann ohne sie schreiben ich weiß dass ich es kann und das muss es sein was sie verletzt sie zerstört also woher sie wussten die schreibt im plural also jetzt halt ne schreibt net von dem mus selbst ich weiß nicht woher sie wusste sondern sie wussten also andere leute haben wir schon das schlampe haben jetzt das halt ein bisschen dunkel wieder raus okay licht symbolik elektrik feuer wärme zerstörung sicherheit schlüsse zu malen haben sie geholfen haben sie geholfen sind wir noch beim mongler kleine stunden hergehen was sollt ich ne ich will schon gucken was da oben drin ist oder ich schlafe mal ein bisschen drumherum ich gucke ich muss schon gehen okay alles klar okay du gehst nicht weiter ich geh trotzdem unter mein fies hier flanke flanke frau fuß ich geh mal ein bisschen geil wie bin ich denn da rauskommt da war doch ein kid die war doch unmöglich drauf herbeizukommen fuck 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 ich wollte doch okay da geht's in den keller ich wollte doch wirklich schnuff ich wollte doch gucken moment okay jetzt wird sie mich seltsam du heilt wir nee ich lasse mich jetzt alle mal in ruhe echt jetzt hä 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 das stimmt doch gar nicht bin ich mir gar nicht da wo ich gedenkt hab dass ich bin äh ich will doch hin und an gehen oh zu man auch eigentlich mehr die ratte rum telefon hat gebimmelt was ist denn ey ist doch langsam mehr ich bekloppt hier oder was von anfang an haben sie ihre tochter dafür missbraucht ihre eigene wünsche und ambitionen zu erfüllen kein wunder dass sie zu der frau wurden die sie war ach so dass sie zu der frau wurde wahrscheinlich die tochter zu der frau wurde die sie war ich glaube das war jetzt das ding auf dem auf dem holer bezogen auf den maler mula halt hier wiese was nicht als das telefon gehoben hey sagen wir haben jetzt das telefon geklaut geht es euch zu gut der war noch gebimmelt hä was macht denn der apport du hä sollst du nicht die kichs da war doch als der apport sagt man weil ich das spiegel verkehrt hier so scharf after all this time pink immer yeah okay es ist irgendwie hier spiegelverkehrt okay komm geht mal gucken was die muse so macht ja ich gehe schon dreist ich mache jetzt wieder links hinterher gucke ich gucke ich gucke ich gucke hi mama hi Was? Ich versteh's nicht ganz. Was war jetzt das mit dem Sohn? Ist das so... Ist das tot oder was? Es wird schon so tot. Boah, wir haben da jetzt gekloppt. Au! Hier geht wieder auf. Du schlag! Ich bin doch jetzt wieder auf dem Schiff! Moment. Jetzt bin ich dem Maler. Ich wollte doch nur auf mein Füß gucken, um zu gucken, wer ich bin. Mann, mach doch sowas nicht mit mir. Ich bin zu alt für das. Ich geh jetzt wieder. Ja, nee. Yes. Okay. Okay, jetzt kommt quasi alles drei zusammen oder wie? Schlag-Safe, ey. So. 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 Das ist schon heavy. Das ist schon heavy. Klatsch. Was? Was mach ich hier, du? Okay, ich... Ich geh mal hier. 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 Okay. Okay. Ich geh mal hier. Ich geh mal hier. Ich werd noch nicht dauernd verschrik тр funktion machen, Mann. Ich traue mich gar nicht vorwärts zu laufen, weil.. Okay, das ist wieder auf dem Boot. Okay, ich spiele wieder so, dass wir dort in den G. Dann machen wir halt mal aus dem Spielsahn. Ich weiß nicht, das sieht voll schön aus. So schön grün. Ja. Ach, ist das mal ein Schlafzimmer? Wir reden hier. Ist das der Regisseur oder wenn ich das? Also der Schauspieler. So qualmst du so blöde? Ich finde es voll schön gerade. Oh, das ist ganz der Anfang, gell? Ja. Das ist ganz der Anfang. Mir geht ganz zurück, dass sie mal rin kommen. Okay. All your words are empty. Underneath there is only your ego. I made you. Nein, ich weiß nicht. Alright, ich weiß nicht. Oh Gott, ich weiß nicht. Okay, also das ist schon richtig cool, was war das? Das ist schon richtig cool, das ist richtig, richtig cool. Ich streite ins Rampenlicht. Du hast dein Wort gesagt, du wirst es halten. Ich werde es enden. Wo bin ich? Letzte Ausstellung, Nachbildung der Eröffnung mit Klavierbegleitung zu Hause. Ouroboros. Ist das nicht von Monster Hunter 3 Ultimate? Ne, der heißt Duramboros. Nach all diesen Jahren, sie hören immer noch an dich. Da stand gerade was anders gesehen. Okay. Wir sind auf alle Fälle im Zimmer von der Muse. Ich mach mal zu. Da war früher, als ist Baden drin. Was ist da die Kisch? Ich hab glaub ich schon gelesen. Jetzt ist es heller. Okay, ich geh noch mal zurück. Okay, jetzt ist mir doch ein bissl Gänsehaut. Ich geh noch mal da hoch. Komm. Okay. Ich komm. Iiii. Alter, echt jetzt. Okay, pass auf. Ich geh jetzt doch noch mal hoch. Bin ich ja voll nun. Und ich will aber jetzt doch in den Leuchtturm da oben nehmen, ne? Das ist schon... Das ist schon was, ne? Ja, ja, ja. Da geht noch ein bissl. Hätte sie überhaupt auf? Ja. Ah, ja, Mist. Da oben. Ich guck mich mal ein bisschen um. Ja, passt auf. Okay. So. Das ist mir voll wieder nicht mehr. Ich geh jetzt oben. Ich, ich muss doch... Ah. Sag mal, das wird mich schon stören. Wahrscheinlich ist es eh zu, aber... Ne, es ist auf. Das Meisterwerk wird verfilmt. Also, das Meisterwerk wird verfilmt. Wie Insider berichten soll, das Meisterwerk, eine Bestseller-Biografie über... In Hollywood verfilmt werden. Biografie von... Berührte die Herzen von Millionen. Und jetzt plant einer der mysteriösesten Regisseure Hollywoods... Masterpiece. Das ist alles, was dort so viel ist. Was geht mir aus ab? Ich stelle eigentlich, wovor ihr sind gerade so Seemann oder sowas, ne? Und dann ist nepplich. Das wäre so, das Slumpe-Ding da. Und dann sind wir so... Mai Schattenbild. Juhu. 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 Okay, ich muss doch wieder raus. Moment. Was das doch? The Goddamned Dog. Forgot to develop the... Painter's... Death injury... Arg... Fuck. Foreshadow the daughter... Therefore, Chapter 4. The Goddamned Dog forgot to develop the Painter's... ... 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 Maaa... Maaa... Irgendwas mit Maaa... Malevolent apiritis... ... ist ein natives Trope... ... äh... Naives... ... also... ... mein... ... Buch ist... ... Touring? Perjuring? ... Into a... ... goddamned... ... Irgendwas, because of the... ... f***ed up... ... f***ed up... ... Chapter 4, daughter, Chapter 5, darkness, doubt... ... this is how... ... low point... ... oder 1 OV... ... Madness and melancholy, was haben wir da oben noch... ... wie ist... ... marriage accident with fire... ... distortion of marriage... ... epilogue newspaper article... ... police report from... ... apprehending... ... suspect... ... ... eeeh... ... eeeh... ... eeeh... ... eeeh... ... ever changing rooms... ... good... ... careful... ... to... ... hot... ... are not overuse... ... ok... ... das interessiert mich mehr also... ... ff... ... eeeh... ... der erste Satz... ... got to develop... ... the pain test... ... leg... ... ah... ... leg injury... ... arg... ... f***... ... das ist voll geil... ... das ist das, was ich so... ... ähm... ... gesagt hab... ... ey, der hat... ... eigentlich hat er ja gehumpelt, ne... ... also im... ... im original... ... im original... ... so viel hat er gehumpelt... ... spritzelt mir jetzt grad... ... bissel aufm oberlinks... ... was ist das denn? ... ... Butter hab ich noch gar nicht... ... nachdem... ... das ist... ... das A halten... ... bis mir da... ... eigentlich nicht irgendwie... ... die Birnen verkokele... ... oder sowas... ... wenn ich da hinstehe... ... eeeh... ... ehrlich... ... wie komm ich denn raus? ... ich hoffe dass das raus ist... ... ah... ... eeehm... ... ok... ... ok... ... ich geh wieder hin, ne... ... wow geil... ... küsst er halt, jo... ... klar... ... ne... ... ist da, jo... ... so... ... windig, windig... ... muss ich... ... hehe... ... mhm... ... Schatten... ... so... ... wir waren ganz... ... am Anfang... ... wo ich dummerweise... ... da runtergegangen bin... ... ohne da oben hin zu geh... ... haben wir vorm Keller gestanden... ... und haben weine gehört... ... ich glaub ich geh jetzt auch... ... nochmal in den Kellern hin... ... komm... ... rennen wir bisschen schneller... ... ah... ... ne... ... komm... ... das lassen wir besser... ... ich hab Angst, dass es stürzt... ... hier ist ja schon in Ordnung... ... so... ... wir sind ja schon gleich runter... ... so... ... ich weiß nicht... ... da... ... leider noch... ... boah... ... bin ich so groß, ey... ... ich weiß nicht... ... irgendwie... ... hä... ... ok... ... leid da hinten vielleicht noch was... ... ne... ... Bücke kann ich mich nehmen... ... ok... ... hier zu... ... na komm... ... ah... ... Moment... ... hopp... ... zack... ... und du bist schon verwirrend... ... die Küchstücken zu... ... das Telefon ist... ... ruhig... ... wat... ... kann ich jetzt doch nehmen... ... geh... ... huh... ... yes... ... bin ich schon wieder verschrocken... ... ne... ... kann ich nicht nehmen... ... geh... ... das ist halt... ... aber nicht... ... das sollte eigentlich gar kein Sinn... ... also... ... jetzt habe ich dich... ... ne... ... scheiße... ... aber was anderes... ... also da ist ja gar kein Sinn... ... ich geh jetzt erstmal nur in den Keller noch... ... ne... ... hab ich schon gesagt... ... es wird jetzt halt wieder ein bisschen dunkel... ... mal leid... ... da steht eine Schmerze... ... ah... ... hu... ... wusste ich gar nicht, dass das da... ... Kabelbarm ist... ... vielleicht was... ... Schmerz sein... ... oder ihre... ... Ausführungen auf Psych und Kunst... ... unleselich... ... anrufen und nachfragen... ... nein nein... ... das ist genau das... ... was ich nicht tun werde... der heizungskeller von weine gehört wie ich da steht wer steht sie jetzt immer noch steht sie noch oder ist sie weg Wer war du? Wer war das? Mann, ey. Okay, ich geh wieder nehm. In mein Glätszimmer. Ja, ne, ne, schee zu machen. Okay, weiter geht's. Ich muss das Buch fertig kriegen. Ja. Stimmt. Eifer bipscht, ne? So. Das war muss saugeilig falsch. Also Kapitel, das hat mir richtig gut gefallen. So, dann machen wir jetzt aber ein Schluss. Da könnten wir eigentlich sogar zwei draus machen. Ich kenne aber auch noch A hier. Was es da gibt. Ne, 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 das machen wir nicht. Das machen wir alles neue Free. Moje, 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 Moje halt, ne? Da wundern wir uns alle Moje drüber. Nicht heute, ne? Na, guck mal da, ist der Mann. Ähm, ja. Alla gut dann. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein. Denn etwas Spaß muss sein. Uppala. Ähm, ja, Moje, do man dann als allererstes do alles ausprobieren, was wir jetzt neu griet haben. Und ich glaube, dann sind wir schon gut auf dem Weg. Äh, fahrt der Schluss. Fahrt der, fahrt der Deutsch zu Spiele quasi. Aber das war halt auch richtig cool, voll. Das Ganze, ich weiß nicht, ich muss mal nur gucken, das Ästhetik mit einer schiefe Wand und was weiß ich was do. Und, 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 und das Alice im Wunderland-Gedönse. Habe ich sogar geschnallt. Äh, bisschen, bisschen, äh, Nosferatu war drin. Äh, was kam denn dann? Das ganze Pirate-Gedönse, ja, Pirate-Film. Ja, okay, kenne ich mich jetzt nicht so aus. Aber weil das mit dem, mit dem Leuchtturm so. Oh, das war scheiße. Oh, das war super. Äh, hey, super. Super. Hat mal gefallen. Alla gut, dann hoffe ich mir, dass na Moje auch noch dabei sind. Machen wir dann wahrscheinlich, äh, vielleicht die letzten Folgen. Bin mir nicht ganz sicher. Sieh mir dann aber. Alla hub dann. Tschö mit. Üß. Tschüss.